Wer ist da? Das Kind scheint sich wirklich zufrieden. Ich frage mich, wer sie ist. Put on your flying glasses, young lady. The plane is about to take off. Okay. Again, Dad. Oh no, something's wrong with the engine. We're about to crash. No! Okay. Nichts. Öffnung gespielt. Los, weiter. Wasser zur Sonne. Die mitnehmen. Higher, Mom. Push me higher. You're almost as high as the sun already. Higher! Jump, my little rabbit. I'll catch you. Okay. One, two, three. I brought back glitters from the sun for you and Mom. I know. Yeah. I can see them in your eyes. Wow. Wow, this is so weird. It almost feels like my own memory. Ja, deine eigene Erinnerung. Okay. Können wir jetzt weiter? Mein Herz. I think she's asleep now. Fine. Good night, sweetheart. Daddy? Mommy? Yes? I want you to stay with me. I'm scared of the dark. Oh, my little rabbit. You don't have to be scared. Topsy is here to protect you. Whenever you feel alone, just squeeze him hard. And it'll be just like when your mother and I are by your side. I think I get it. I get it. Emma, I get it. Okay, und durch. Und jetzt stehen wir vor im Spiegel. Hier ist das Klopf. Oh, Gott. War ich hier schon? Ja. Topsy, you're back. Have you found a key? Emma, I found something out. While I was gone, I kept hearing these voices and seeing flashbacks of you as a child. What? What do you mean? It was like I was reliving memories. Your memories. You mean that... Emma, I am your memories. What does that mean? It means... It means that we have to make one so you can get your memories back and be stronger to... Defeat the bad man. But I'll be scared without you, Topsy. You'll never be without me, Emma. I'll forever be in your heart. But what if I need help? Think about it, Emma. If I'm your memories, who do you think saved you all these times you needed help? You did, which means... You did, Emma. Oh, I can't believe I'm never going to see you again. You need to be strong, Emma. Your father needs you. I'll miss you so much, Topsy. We make a great team, don't we? Goodbye, Topsy. Goodbye, Emma. Remember, I'll always be with you. Ach, deine Erinnerung, bitte mal bei dir sein. Das Böse hinter der Tür, okay, ja. Okay. Ich habe jetzt irgendwie ein anderes Ende erwartet, aber... Okay, jetzt sind wir wieder re- und befreit. Das Lied kenne ich. Weiß rum. Oh, nein. Was will ich tun? Run. There is no way you can escape this time. Nicht über den Rheinland und laufen. I'll always be with you. Jetzt kann sie auch nachdenken. By becoming one with Topsy, I've also gained his flying power. Okay, du kannst fliegen. My dear Marion, I cannot begin to describe the overwhelming feelings taking over my heart every time I think of you. Your eyes are a peaceful sea of kindness. Your voice is a voyage through the depths of merriment. And your lips are the promised land I have yet to finish this gathering. Please, be mine again, my love. You're the lighthouse to my darkest side. You're the sun to my endless nights. You're the iris to my blindness. Why, Marion? Why? Why? Poor dad. He loved her so much. I love you more than a thousand men could ever do. I love you louder than a million beating hearts. Why did you leave me? Why did you have to go? I'm sorry, my darling. Forgive me. Please. Please forgive me. There's a hole inside my heart. And it's dragging me through the depths of my misery. Okay, don't let me sink in, my love. You promised you'd be there against all odds. You promised, Marion. You promised. This is so sad. Yeah. I'm forever yours. If you could look me in the eye, and tell me there is nothing left of the future we built, I would let you go. I would. Just look me in the eye and tell me, tell me our love is dead. Swear to me that the tree of our love would be nurturing for so long. has completely burned down. Down to the very seed. Can you do that? Because I'm not going anywhere until you tell me that. I may be a very strong man, but you're the only one who can crush me with a swipe of a hand. Please, don't use this power against me. Please. Marion. My love. My angel. My one and only. I've been to her. I've seen the pain. The hatred. The devastation. I feel so exhausted. If only Topsy was with me. Tja, Topsy is jetzt in dir. Darum is er with you, mit dir. Und wir drehen uns jetzt nochmal an Wolf. Die Flasche. Da. Da. Keine Ahnung, was das von mir will. Aber da mache ich die Flasche zwischen dir. Und jetzt wenn Boss. Oder auch nicht. Das sieht nochmal nach einer ganz dunklen Ecke des Verstandes aus. Gesagt, ja. Ja. Gut, gucke ich mich erstmal ein bisschen rum hier. Ja, guck mal. Es sind wieder Sachen zu finden. Entwo? Ich wundere mich, was das von mir macht da. Ich stehe den Weg rum erstmal. Marion. Meine liebige Marion. Ich weiß, was das von mir ist. Ich bin mir für sie für sie heute. Ich bin nicht sicher, was das mich überrascht. Das ist das, was sie nicht mehr liebte mich zurück. Oder das, was ihre Augen pittet mich als sie pronunzt die Worte. Francis LeGrand, the great, the famous hypnotist, doesn't get no pity. It did occur to me that I could use my hypnosis power upon her. Heck, I could even not sob her soul completely if I wanted to. But what would that make me? A miserable, unfortunate man, living only an illusion of love. That's what. I'd never stoop so low as to forcibly make my own love me. The Batman was in love with my mother? He sounds so distressed. Yeah. I don't know what the blue one does. Oh, the car is going to go there. Go away. Go back. Let's go there. Let's go there now. The green one can I also set up. But first I'll see really, I'll see how I'm going to go there. I'll see what I'm going to go there now. What I'm going to go there now. What I'm going to go there now. when I'm going to get out of the water. No, you can't fly. Okay, probably the green one comes now over here. Das Knopf sollte ein Knopf sein. Und dann jetzt hier rüber und schauen was das bringt. Eins von drei Symbolen. Okay, soviel dazu. Ich checke jetzt noch mal kurz, was der Blaue an zwei andere Positionen der Blaue einnimmt. Und damit vielleicht dann irgendwo hinzukommen. Indem ich hier das Brett dann nehme, was ich da sehe, und da rüberkomme. Na, das hat man ja auch leicht übersehen können. Gut, dass ich den Blauen dahin gesetzt habe. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier jetzt den Roten verschiebt. Ich komme nämlich nicht mehr hier weg. Schauen wir doch mal. Was ist jetzt hier? Ja, rein da. Okay, jetzt ist da hinten die Tür. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. So. To help you, young lady. Die Glückslöchung hast. Forever. Ich habe immer diese motivierenden Texte. Sieht auch so aus, als könnte ich da irgendwie nur dieses Haus durch. Ja. Ah. Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! You can't make your father anymore! It's too late for him! Stop it, Princess! I can't do this anymore. Okay, sie ist jetzt schon wieder am langsam laufen. Jetzt ist es wieder schneller. Ich muss sie wie weit weg. Okay, sie ist schön. Die Gäste. Ich bin immer so Haute. Ich bin immer so Haute eingeschweigt. Ich habe mich klar, das Haute eingeschweigt. Herr Frau, lege sich das Haute. Ich meine, die Hände aufzember. �, aber ich immer sehr losgeschwitzt habe. Emma. Ich bin die Haute zu wenigstern. Dad! Ich bin gerade hier! Und jetzt haben wir die Grenzen frei. Ich glaube, er hat sie... Ich glaube, er hat sie... Ich glaube, er hat sie... Einmal noch. Dann gehe ich nach Hause. Whatever das ist. Dein Vater ist tot. Und so bist du immer. Jetzt kann ich mir das Gerät ändern. Ein paar Wochen vorhin, der Circus hat Ecclid. Für mich, er sieht wie ein anderer Strongman. Ich kann wirklich nicht sehen, was Marion sieht in ihn, dass ich nicht habe. Ich konnte fast sofort fühlen die Verbindung zwischen den beiden. Es ist so weird, und schade, faszinierend, zu sehen, wie Liebe kann seine Magik in den meisten Fällen funktionieren. Ich sah sie vor dem Big Top heute. Es tut mir leid. Und es tut mir leid. Ich kann sogar nicht beklagen. Ich könnte sie immer immer wiederhören. Und zu vermeiden sie von uns zu lieben. Es wäre so einfach. Und das ist weg unter mir. Ich glaube, ich könnte mich nicht mehr sehen, wenn ich so mache. Wow. Prinzessin wirklich lief meine Mutter. Vielleicht so viel wie mein Vater. Ja, aber einseitige Liebe ist nicht geil. Du. Ich will jetzt noch was rausfinden. Und zwar, was es mit dieser komischen Tür auf sich hat. Und was ich mit dem Gelben verschoben habe. Wohin ich die Gelben verschoben habe. Das ist die Frage. Ich will jetzt wissen, was mit der Tür da ist. Ich will jetzt wissen, was mit der Tür da ist. Das ist auch so. Gehen wir durch diese Tür hier. Ah, ein Hinterhof. Interaktion nicht möglich. Mir fehlen noch zwei Teile. Hier komme ich nicht raus, ne? Okay, merken. Hier ist was, wo ich was machen kann. Wo ist das Fragezeichen? Wo ist das Gelbe? Ja, wir kommen noch mal vorbei. Hier ist das Gelbe. Wo ist das Gelbe? geklappt. Garstart. Ich bin schon. Und dann müssen wir auf�gen. Und dann bin ich nicht dran. Ich bin schon.